Ich weiß nicht wo wir sind, vielleicht greibe ich den mal jetzt an. Schlechte Idee. LOL! Ich habe jetzt einen Raketenwerfer, soll ich den einfach mal drauf schießen auf den Typen? Das hat man verringt? Ich kann hier aber aufhören. Keine Ahnung, ich komme nicht hoch. Ich habe keine Ahnung. Da oben ist noch nicht. Also ich kann das Ding... Hier ist eine Waffe hier, hier ist nochmal Munition. Ich kann das Ding abnehmen. Aber jetzt wirft der mit Raketen oder was? Am Arsch. LOL! Wissen Sie was? Fick dich doch, ich schieße zurück gleich. Da ist doch noch eine Konsole. LOL! Der ist jetzt oben! Ja, dann lass es oben sein. Was ist denn hier drin? LOL! Raketenwerfer! LOL! Der ist bei dir! Ja, ich sehe doch. Der ist ein bisschen schnell. Okay, aber... Ich würde sagen, lass uns ins Dunkle gehen. Und dann schieße ich den einfach gleich mal testen, zum Testweise damit ab. Ja. Was ist denn hier mit der Konsole? Die ist kaputt. Alter, das ist ein Licht. Was ist denn da noch? Was ist denn da noch? Was ist denn da noch? Was ist denn da gezogen? Wo ist er denn jetzt hin? Da hinten. Da kommen da hin. Was macht der denn jetzt? Was macht der denn jetzt? Ah, der wirft wieder Raketen. Ja, aber wohin denn? Was ist denn da noch? Das ist schon cool. Die Richtung sieht schon gut aus. Also ich dachte, der sieht uns nicht, die Sau. Da jetzt. Pass auf! Was hast du denn jetzt gemacht? Wir haben einfach auf ihn geschossen. Jetzt kann ich zu dem hin! Nee, doch nicht. Äh? Ich kann jetzt nix mit ihm machen. wieder aufgenommen ich glaube dies wäre jetzt muss ich neu erholen dafür muss jetzt nach oben da muss ich ja mitkommen sonst wenn ich erinnere kriegst du mal dran vielleicht muss man echt auf den schießen oder so dann während er dann am sacke ist du oder ich ich bin ein gott was können wir denn hier geld einsammeln ich kann die rakete aber nicht mehr aufnehmen du hast nur noch einen inventar slot frei weil ihr mich verarschen leute die sechs moni weg oder so jetzt ist er wieder da unten der macht jetzt wieder eine rakete du hast aber einen schuss alter ich will diese fucking raketen lol ich kann die ja endlich jetzt habe ich eine raketenwerfer auch schon juhu ich kann auch mal laden gut dass ich jetzt hier weg werden einfach oh mein gott ich schieße auf den vielleicht muss er dann ausweichen f*** dich du naja da ich habe ein gericht er hat uns immer noch gesehen jetzt halt jetzt weiß ich nicht mehr wo wir sind ist klar okay also die schau dann wie der schießt die raketen kann man abschießen dann ist er betäubt und man kann f-tropfen Boah, da krieg ich jetzt nen richtigen Loll. Okay, das muss man wohl öfter machen. Geil, ist noch ne Waffe. Ein Laden. Ja, ich kann direkt wieder schießen. Warum auch immer die hier unten liegt. Loll! Ne, 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 das freut mich nicht. Der springt hinter dir, ja. Marsch, der nimmer. You can hide forever. Loll, hier ist das Licht an. Hallo, ich hab gedrückt, glücklich. Guck dir mal eben aus. So. Tschüss. Das war gut. Schieß doch hin. Ja. Was? Komm schon mal, Loll. Alles klar. Ach so, scheiße, ich muss die CD hinbrennen. Gass, alter, wie schnell soll ich denn da sein? Keine Ahnung. Loll, jetzt. Das ist nicht gut. Hat er direkt auf mich geschossen? Hab ich noch was? Ne. Ich auch nicht. Ich geh noch Munition holen. Kannst du nicht oben irgendwie Munition finden oder sowas? Da sind auch noch so ein paar Sachen, die man kaputt machen kann. Jetzt schießt er wieder auf mich. Ich bin gerade Munition am Boden. Ja, ich komm auch gerade hoch, aber auf der anderen. Ich geh wieder runter. Hab Munition. Ach, wieso rennt ihr denn jetzt immer hinter mir her? Ist da irgendwo Licht an wieder? Ne, hier nicht. Hier sind aber auch, glaube ich, keine Kisten. Ne, jetzt sind gerade. Ich komm wieder nach unten. Ich bin hier zurück. Äh, ja. Der steht direkt an der Leiter. Oh, oh. Ah, jetzt runter hinter dir her. Dann sag endlich mal hier, hier ist noch Point in Ivy. Das ist ja. Alls klar, und. Ich stehe ich genau da vor. Fick dich, Maska Jetzt fängt er wahrscheinlich das richtig an abzuspannen Na richtig, jetzt wird er zum Bastard Auf jeden Das ist nicht vorbei, Chris Achso Der ist aber schnell da dran Der ist ja auch super fix So, da kommen wir jetzt noch geiler, geiler Fight im Flugzeug oder wat Alter, ich bin zu langsam, ich bin eine Frau Voll Frauenfeindlich Das Spiel Komm schon Oh, jetzt muss ich mich nicht verdrücken Oder ich Oh, noch nicht Boah, ich muss dir gerade eine Kombination aus T, L, P, Q und X drücken Und nur um 9 Damit das klappt und das hat auf Anhieb funktioniert Hammergeil, was musstest du drücken? Also ich hätte ja jetzt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gedacht, dass wir mit dem Schiff abheben Ist ja nicht ganz cool Weiter geht's Sag mal, wir kriegen ja noch ein bisschen Leben Schieß mal ein bisschen Ouroboros ab Das ist jetzt ganz schön hell da In less than 5 Minuten We reach the optimal altitude for missile deployment Boroboros will be released into the atmosphere Insuring complete global saturation Nice, wir haben es geschafft Ach, wir sind so gut Wo ich nicht mal den Finger gerade auf der Tastatur hatte Gefällt mir ganz gut Gefällt mir ganz gut Gefällt mir ganz gut Ein Cent jedes Mal, wer eine inevitable sagt Genesys ist at hand Chris, da hat Chris Scheiße gebaut Der hat Chris Scheiße gebaut Christian, du musst jetzt F drücken Nein, V Warum musst du denn V drücken? Am Arsch, du musst jetzt F drücken Du musst jetzt F drücken Am Arsch, du musst F drücken Du musst ja echt V drücken Ach, jetzt beim Ausweichen, ich meinte, du meinst beim Schießen Du musst jetzt gleich schießen, Christian, ne? Hahaha, die Verlust Und ich werde der Kreator Ich werde der Kreator Jetzt bin ich dran, oder? Ich bin denn verwundet Ich musste ADAD drücken Loll Jetzt hat er ihm nochmal einen reingedrückt Loll Auf jeden Fall Äh, wo kriegst du sie an? Ja, wir wollen ja eigentlich nur zeigen, was passiert Also, die coolen Sequenzen, was passiert Ja, richtig Was ist ein Move, ey Boah, nein, nicht wieder Alles klar Weißt du, da musste ich V drücken Dann drück ich erst mal A Dann drück ich F Dann V Läuft, jetzt müsste ich V drücken Läuft, ich hab er geschafft Okay, krass Gut, variiert Auch noch technischer Marsch Ja, das ist aber wirklich endkampfwürdig gerade Oh, sie ist so nett, da Fick dich Okay, wollen wir uns jetzt drücken F oder V, ne? Das weiß ich doch nicht Das soll ich jetzt auch gleich sehen Okay, hab ein bisschen Angst Ich werde jetzt nicht nochmal verkacken, ey Bitte nicht Ich muss bestimmt auch noch was drücken, wenn ich den Hebel ziehe Ja F Loll Was ist denn jetzt? Ist doch wie bei Elu Loller Marsch Lass mich los Tritt ihm ins Gesicht in die Eier irgendwo hinten Oh, nein Nein Am Arsch Lois, stimmt Das ist ja voll das selbe Wie damals Ich hab A und D gedrückt Ich hab A und D gedrückt Nein Hallo, ich hab gedacht, ich kann sich ja wohl mal dafür opfern als 6 Milliarden Menschen leben Ja echt mal Das wär dann halt für Resident Evil 15 dann wieder ein neues Thema Deckenier Marsch, ey Deckenier Marsch, ey Das kann doch nicht sein, dass man das nicht auf dem Anheb mal schafft Hallo, ich hatte schon damit abgeschlossen, dass du loslässt und dann Feierabend isst Ich habe die Fähigkeit Tschüss Die Nun On 이 Für